Bei der folgenden Übung geht es darum, die Geschwindigkeit beim Zeichnen zu trainieren. Das ist das A und O beim Sketchnoting. Du stellst den Timer auf zwei Minuten und hältst einen Clip an einer beliebigen Stelle an und dann hast du zwei Minuten Zeit, um dieses Standbild zu zeichnen. Das kann dann mehr oder weniger realistisch sein, wie bei diesem Beispiel, oder aber auch natürlich symbolhaft, wie bei diesem zweiten Beispiel. Da habe ich natürlich deutlich weniger Zeit gebraucht. Tja, Übung macht den Meister.